Helmut Zenker, der Gymnasiast Professor Weiler, Professor für Physik und Naturgeschichte, Oberstudienrat, trägt seit ein paar Tagen einen dunkelblauen Arbeitsmantel, was ihm den Zusatztitel Schulwart eingebracht hat. Sein weißer Mantel ist ihm letzte Woche mit Füllfedertinte bespritzt worden. Die darauf folgenden Tage huschte er in seinem ebenfalls weißen Ersatzmantel mit dem Rücken zur Wand durch die Klassen. Eine Wiederholung des Anschlags hat das nicht verhindert. Sein Unterricht ist in jeder Hinsicht eine Zumutung. Das wissen auch seine Kollegen. Er kommt fast immer vom Thema ab, fängt in einem Satz an und hört in einem ganz anderen auf, lässt sich durch die kleinsten Fragen unsicher machen, weil er sie nicht beantworten kann. Heute hat er nach der Klassenbucheintragung bei den menschlichen Beinen und Fußknochen fortgesetzt. Er lässt aus der naturgeschichtlichen Lehrmittelsammlung das Skelett hereintragen, das an einigen Stellen mit Pappe und Kleister ausgebessert ist. Bei den Schülern heißt das Skelett Carly. Das hat Werner Zabransky aufgebracht, der jeden Tag mit dem Zug aus Klosterneuburg kommt. Als sich Professor Weiler in den ersten Wirbel hineingeredet hat und keinen Ausweg sieht, greift er zum Katalog und fängt mit Prüfungen an. Kraml, Lerner und Horvath, die in der Reihe vor dem Katheder sitzen, schauen dem Professor fortwährend in die Augen, während der dem Herausgerufenen die ersten Fragen stellt und gleich selbst beantwortet. Die drei in der ersten Reihe rücken gleichzeitig näher zusammen, halten sich an den Händen und beginnen einander zu streicheln, wobei sie ganz ernst.